Ich begrüße euch zu einem weiteren Destiny Video auf meinem Kanal. Es ist wieder soweit. Xur ist wieder da vom 9.10. bis zum 11.10. Könnt ihr bei Xur wieder einkaufen. Und Xur steht diesmal bei der Vorhut. Und dann zeig mal her, was du heute alles dabei hast. Er hat wieder ein Vermächtnis-Engramm für Waffen aus Jahr 1. Er hat eine unüberwindbare Schädelfeste für den Titanen, das Schwachkopfradar für den Hunter und die Klauen der Ahamkara für den Warlock. Dieses Jahr hat er wieder keine Waffe dabei, sondern ein exotisches Engramm. Das kann für einen Panzerhandschuh. Das enthält Rüstungsteile aus Jahr 2. Und dann hat er wieder drei der Münzen dabei. Die werde ich mir allerdings diesmal nicht holen, weil ich habe noch mehr als genug übrig. Ich werde mir ein exotisches Engramm kaufen und werde das schnell noch mit euch dekodieren. Und dann soll es das auch schon wieder gewesen sein für dieses Xur-Location-Video. Fass mich bloß nicht an! Der Panzerhandschuh für den Hunter. Nice! Werde ich auf jeden Fall nicht wegschmeißen, werde ich behalten. Und mal sehen, ob ich ihn irgendwann mal ausrüsten werde und benutzen werde. Ja Freunde, das soll es schon gewesen sein. Ihr wisst, wo Xur steht. Ihr wisst, was er dieses Wochenende alles dabei hat. Und wenn ihr mögt, sehen wir uns dann im nächsten Destiny-Video wieder. Bis dahin. Tschau! Tschau!